Hey und willkommen zu einer weiteren Runde, zu einer weiteren Spitzenrunde, Minekraft, Master Builders mit Zombie und dem Maudado und dem Begriff Shopping Card. Das ist keine Minekraft Card, Leute, sondern eine Shopping Card. Ach so. Ja, nur als Warnung an dich, weil Maudado ist ein Minekrafter. Ich kann nur in Minekraft denken. Ich weiß. Ein Block, zwei Blöcke, so rechne ich auch immer. Ich auch. Kinder haben. Wie groß bist du? Äh, 20 Zentimeter. Hä? Blöcke! Ach man, Alter. 20 Blockzimeter. Ja, genau. Das wäre ein toller Witz gewesen, aber so ist er nicht. Okay. Ich habe echt eine spitzen Idee und, ähm, aber das, das, wer weiß nicht. Also vielleicht guckt das auch jemand ab von euch. Ich habe auch eine Idee, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe etwas, was viel zu groß ist, wo ich hundertprozentig verliere. Ja, ich auch, ich auch. Du auch, nice, ey. Weil hier nehme ich jetzt schon. Du, lol, bist du raus? Bist du gelieft? Ja. Oh Gott, ich treffe nicht. Ich habe so zittrige Hände. Er zittert. Nein, das ist doch zu groß. O Cranwell. O Cranwell. O Cranwell. O Cranwell. O Cranwell. Hast du schon wieder falsch gebaut? das kann man mal machen. So. Jetzt werde ich gleich mal so in 20 Minuten mit der Sache anfangen. Oh Gottes Willen. Wie einfach selbst nach 30 Parts in den letzten drei Monaten oder so immer noch die Zeit ein massives Problem ist. Das kann doch gar nicht wahr sein. So kann man doch nicht sein, oder? Ja doch. Ja eben, danke. Wieso tue ich das? Wieso habe ich mich dazu entschlossen? Ich hätte auch nicht gedacht, dass man dafür so viele Blöcke braucht, für das, was ich hier gerade plane. Oh Gott, das schaffe ich nie mehr. Hätte so schön sein können. Ich glaube es nämlich. Dieselbe Blockart. Ach so, du willst es auch noch aus Zäunen bauen zusätzlich. Die Idee hatte ich auch am Anfang. Dann habe ich aber gedacht, nee, das geht immer schief. Was, wenn man es aus Zäunen macht, geht es schief? Ja, weil es immer so Ewigkeiten braucht. Okay. Habt ihr auch einen Kindersitz, Leute, für eure Kinder? Ich habe gar nichts. Was? Ich werde nicht fertig. Ja, meinst du ich, oder was? Ja, aber ich nicht veransatzweise. Ja, meinst du ich, oder was? Ja. Boah, ich glaube, ey, nice. Ja, deine Freunde glauben an dich. Ach man, wie in den Serien immer, ne? Ja. Wir glauben an dich zu Baza. Wir sind doch in der Serie. Los, schießt das Tor. Cool. Jetzt kommt der Teufelsdreier. So, ey. Wunderschön. Wunder, wunderschön. Muss ich schon sagen. Also auf einer Skala von 1 bis Scheiße ist es fast gut. Ja. Okay. Bei mir auf einer Skala von 1 bis Scheiße ist es scheiße. Vor allem wie schmal. Also es ist einfach geil. Ach man. Macht Spaß, ne? Das erste Mal, dass ich fertig werde. Ja, ich hasse mein Leben. Ich baue nie wieder mit Eisengittern. Ja, ich glaube, ich baue einfach gar nicht mehr. Ich glaube, das Format ist einfach vorbei. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Hä? Das macht keinen Sinn mehr. Bis zum nicht nächsten Mal. Genau. Ach komm, komm, komm. In den 20 Sekunden machen wir wenigstens eine Sache noch. Ja. Ja. Oh, ich habe auch noch eine Idee, was ich unbedingt machen muss. Okay. Ja, doch. Kann man machen. Kann man sein lassen. Kann man machen. Aber es ist okay. Es ist echt. Es ist okay. Ich finde es ganz nett. Oh, hm. Ja, gut. Ja, wohl doch die untere Ablage. Oh, ist das ein Kind im Kinderwagen? Ja, eben im Einkaufswagen. Oh Gott, der Körper. Ja, guck nicht hin. Guck nicht hin. Guck nur von vorne. Komm, ich gebe dir einfach die beste Bewertung. Mau da dort vorne. Gib von mir ein Gott. Ja. Ja, dann will ich gleich auch die. Ja, dann will ich gleich auch ein Amazing. Du kriegst die schlechteste, okay? Oh, das ist aber an sich. Ganz okay gebaut. Manche hat auch so einen kleinen Bons. Ja. Mit Eis und zwar hat es zwar kein Gitter, aber. Ich habe ihn gut gegeben. Ja, Manu, was soll ich da ihm geben? Woher weißt du, dass das meiner war? Weil du es noch nicht geredet hast. Ich habe es ihm gut gegeben. Oh, was gibst du? Wir bluten meine Augen. Was gibst du dem? Oh, ist das ein Shop? Ich habe einmal gefragt. Einmal. Was hast du mir denn gegeben? Ja, und am Anfang noch. Oh, ein Shop? Ich habe dir gut gegeben. Ich auch. Oh, nice. Und was hättet ihr mir gegeben, wenn ihr gedacht hättet, das wäre ein anderer? Ich wusste nicht, dass du das bist. Ich habe dir bloß so ein Brot gegeben. Lol, amazing! Ja, was, Maudado? Erzähl mal. Ich weiß nicht. Ich hätte, denke ich, auch ein Gut gegeben. Ach, also. Jetzt würden wir anders bewerten, weil wir dich kennen, weißt du. Ja, negativ eher. Ja, klar. Das Platz. Nee, ich hätte schlecht. Also, wenn, hätte ich schlechter bewertet, weil es nicht von dir ist, weißt du, Maud? Oh, guck mal, der ist sogar ein Einkauffeld. Aber ich bewerte natürlich. Oh. Ah, unseren Kasten mit Getränken. Du hast ein bisschen unförmig, aber der Kasten ist ein guter Weg. Aber ich finde, das ist eigentlich ein Gut. Ich finde auch ein Gut. Shopping-Card ist es schön. Obwohl, die Reifen finde ich interessant. Ja, das ist ein bisschen unsymmetrisch geworden. Ja, Zombie, also dir gebe ich den okay. Zombie hat auch aus Gitter gebaut. Nicht nur okay. Nee, nee. Hast du gehört, Maudado? Irgendwie hat er mich nicht erworben. Das ist von Zombie. Ja, ich habe Eisengitter genommen. Ich verstehe die Idee, aber genau das wäre der Grund, warum ich nicht Eisengitter genommen habe, weil das einfach super merkwürdig aussehen würde. Ja, nee, es braucht halt Ewigkeiten zu bauen, weil man immer diese kleinen Kanten anklicken muss. Ja, schade. Schade, schade. Meiner ist der echte Einkaufswagen. Das stimmt, ja. Martin hat gewonnen. Ja, ich bin über Manu. Du bist über mir? Aber schaut mal, die anderen, okay, die sind geplatzt, die haben die Hälfte. Ja, komische Bewertung. Ist schon wieder so viele rausgegangen in der Runde? Ja, ja. Ich glaube, es sind auch welche während der Runde rausgegangen. Verstehe ich aber nicht, weil der Begriff war mal was anderes. Ne? Der war doch der, ich fand den speziell. Ja, ich fand den super. Habt ihr schon GTA gesehen heute, Leute? Ja, ne? Ja, war ein guter Part. Hab ich positiv bewertet. Wenn ich das nicht hab, geht der zurück und macht mal, Leute. Ja. Aber wenn wir das nicht gemacht haben, ne? Lol. Lol. Bei 100.000 Likes zieht Manu seine Hose aus, aber er zeigt es nicht. Er macht es aber trotzdem. Vielleicht macht er ja ein Foto von der Hose. Ich sag, ne, ich sag da ja meistens, bei 100.000 Likes kommt eventuell nochmal ein Video auf dem Kanal. Ja, aber nur eventuell. Nur vielleicht. Ja, ich hör einfach dann auf, wenn nicht. Und was kommt jetzt? Bleiben die alle drin? Ja, es kommen ja neue rein. Es sind ja neue drin. Nein, jetzt bin ich weiterer, aber dann muss ich kein Wusch einbauen. Dann spai ich mir das. Wusch. Kostet Geld. Wusch. Wusch. Und, und, und. Ja, bitte irgendwas gut. Es kommt schon. Eins. Ja, ja. Wusch. Oh, ey, das ist ja richtig gut. Warte. Wusch. So. Alter, das ist ja richtig nice. Okay, okay. Wir machen, wir machen was, was ich schon mal ansatzweise gebaut hatte, aber diesmal ein bisschen schlechter und an anderer Stelle ein bisschen, ein bisschen toller noch. Okay. Okay. Klingt nach einem guten Plan. Danke. Habt ihr eine sehr, also glaubt ihr eure Idee wird oft gemacht? Ja. Oder eher weniger? Ich denke, dass meine häufig gemacht wird. Äh, weiß ich nicht. Ich, ich hab nämlich sowas, was Spezielles jetzt im Sinn. Ach so. Okay. Design cool. Ich baue einfach was Cools. Ja, mach das. Das kann man machen, ne? Also ich baue einen Clown. Ja, dachte ich auch erst. Meine zweite Idee war einen Clown in einer Box, der so rausspringt. Aber wenn man eine Clownphobie hat, dann kann man das Video gar nicht gucken. Ja, das stimmt, ne? Ja, vielleicht baue ich ja keinen realistischen Clown. Ja, keine Ahnung, wie es so mit einer Clownphobie ist. Leute, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr noch nicht ausgemacht habt. Ihr Clownangsthasen. Ja, ihr Pussis. Wie fühlt man sich eigentlich, wenn man so ängstlich ist, ne? Vor allem, wie man merkt, dass ich es extra größer baue, ums, äh, ne? Ihr wisst schon. Ich kann nicht drüber reden, wenn ich nicht zuhören, Leute. Das schäme ich mir ein bisschen. Kacke. Was war das jetzt gerade? Unverständlich, hat er gesagt. Verständlich. Oh, okay. Achso, auch wenn es für dich unverständlich war. Ich hab was anderes verstanden, ne? Okay, und was? Willst du es erklären? Zombie, sag mal irgendwas richtig, ein, ein böses Wort. Kacke. Zombie, bist du Zombie? Ja. Sag mal. Hab ich doch gerade, Kacke. Ah, das hab ich verstanden. Weil das setzt ihr jetzt einfach da drunter und dann, da leben die Leute ne Lüge. Oh. Ihr lebt ne Lüge. Wie führt man sich damit, herr, ihr Angsthasen? Finde ich gut. Warum macht Manuel uns heute so fertig? Ach, Mann. Guckte immer die Videos und dachte, wäre nett. Falsch gedacht. Ich dachte Maudado am Anfang auch erst und dann hab ich ihn angespuckt. Zum Ernst, ey. Hat er mich umherzogen. Jetzt bin ich auch böse. Ja. Du hast aber schon immer eine sadistische Ader. Was? Ja. Ja, ne? Das ist eine Twitter-Bild da mit dem Tier. Das haben wir weiß es. Boah, das ist echt gemein, Maudado. Ich weiß, ich erwähne das sehr oft, aber es muss auch einfach sein. Oder ich mag Ziegen. Möchte ich hier mal staten. Official Statement, Maudado. Ich mag Ziegen. Also einige kennen das nicht mehr, wie ihr das arme Tier gequält habt auf der GIF. Aber ich werde die Wahrheit verbreiten. Ach Gott, was mache ich denn? Bau, Junge. Ich habe noch nicht mal mit dem Begriff angefangen, weil ich auch nochmal hier nebenbei erwähnt haben. Okay. Klingt gut. Ich weiß. Wie lange haben wir noch? Eine Minute. Irgendwie kommt mir die Zeit in der Runde jetzt wieder viel länger vor. Ja? Ja. Ich denke immer Hilfe. Alarm. Alarm. Ah, komm schon. Ja. Ich bin fertig. Ja, ist glaube ich okay. Oh, ich bin richtig zufrieden. Ich bin, ja, ne, mit dem bin ich nicht zufrieden. Oh, Leute, ich bin richtig zufrieden. Achso, ich habe die falsche Seite gesehen. Alter, nice. Ach, das wollte ich noch machen. Upsi. Okay, das bekommt die beste Bewertung, die es gibt. Ja. Ja, den finde ich einfach, finde ich schön. Finde ich sehr stimmig alles. Ja, ist gruselig, oder? Ja, ja, ich weiß gerade. Die Leute mit Clownphobie sind dir jetzt umgefallen. Da ist ein Bett. Da ist ein Monster unterm Bett. Da ist ein Monster. Ah, ist ein Monster noch? Ja. Oh Gott, wenn man das übersehen hätte, wäre ja alles kaputt. Ja. Oh. Und was habt ihr mir gegeben? Ich habe dir einen gut gegeben. Ich auch. Hätte ich das Monster nicht gesehen, hätte ich den... Ja, das Monster war echt gut versteckt. Ja. Okay. Okay, also... Erstversucht. Warte, warte, warte. Es ist so schlecht gebaut und so... Achso, ich habe schon Angst davor. Eben, dass es einfach Angst macht. Und das Platz nicht... Oh Gott, da verbrenne ich... Oh. Oh. Das ist meine Mann. Oh Gott, ich kann nicht hingucken. Ah. Zumé, zumé weint schon. Er ist rot. Er ist rot, er ist schwarz. Ich habe Angst vor Farben. Ach du Heilige, mit welchen Leuten sind wir in der Runde? Hä? Ja, der hat letztes Jahr alles gebaut. Das ist wieder derselbe. Ja, super Spitzentyp. Das da platzt nicht. Also, wir sind mit ganz, ganz bescheuerten Leuten in der Runde. So, das hier der Massenmensch aus Studio. Gibt dies also in... Ich denke schon. Er sieht, weiß er nicht. Oh, aber... Nee. Er hat mehr bekommen, leider. Ja, Five Nights at Freddy's. Finde ich jetzt aber nicht so unheimlich. Deswegen nur... Okay. Ja, die... Kriegt auch ein gut. Die Idee ist... Das ist umsetzbar. Oh, hey. Nice, der Nama-Fläche. Ja, coole Leute. Seid ihr überhaupt in der Runde, Leute? Ja, ganz im Ernst. Keine Ahnung. Können wir bitte schlechte Sachen bauen, die wir auslachen können? Eben, eben. Noch schlimmer als die Leute, die Herz-Gelp oder so schreiben. Ach, das platzt dann. Hä? Nice. Ey. Oh. Ey. Oh, das ist... Das ist cool, ey. Nightmare. Ja, doch. Ja, ja. Dem gebe ich wirklich mal einen Gott. Ich dachte gerade schon, der hat gewonnen. Oh, der ist aber unheimlich. Nee, der ist halt nichts Unheimliches dran. Ich habe Angst. Meins wäre cooler gewesen, hätte ich noch Nacht gemacht und Regen oder so. Genau, Regen, ja, ja. Obwohl, bei mir wäre es unstimmig gewesen. Das hat keinen anderen Clown gebaut, oder? Nee, voll krass. Richtig überraschend. Nur schwarze Roboter. Nee, nee, nur Lava haben die gebaut. Und... Ja, Zombie! Nee! Krass! Du hast gewonnen? Alter. Och, Mann. Ja, nein, ja, gut. Dann bewerte mal den Part. Schau bei den anderen vorbei. Und vielleicht bauen die nächsten Leute ja mal irgendwas. Bis dann. Ja, tschüss. 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 Tschüss.